Oh, das wollte ich gar nicht. Aber okay, gut, ich hab getroffen. Ich wollte eigentlich... ...das machen. So. Wollte ich dem Dings jetzt helfen, aber wenn der eh schon... ...aus der Sache raus war, ist er kein Problem. Dann gehe ich mal hier jetzt auf die Mittelein, weil da ist auch gerade... ...schöner roter Massenauflauf. ...sehe ich gerne. Die Yings ist irgendwo nirgends hier zu sehen. Flächenschaden habe ich drin, das ist sehr gut. Flächenschaden. Flächenschaden, Flächenschaden. Immer schon Flächenschaden. Kann ich schaden. So, und... Jawohl. Jetzt wechseln wir wieder auf die Shotgun. Und holen uns den Turm schnell. Ich hoffe, da kommt ja... Okay, dann kommt es. Das war... Das wird im Gegend. Fuck. Das kann ich auch nicht. Wer war's denn hier? Hier stirbt es auch. Nee, 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 kommt, dann kommt. Sooooooo... Ein phones wie túg tutsch lohnt. Ein eiminiger kleiner Mann. Der nicht viel kann. Was ja alle das sind zehn, die sind... Eben sind gar nicht so. Wir sind besser als die, wieso den Diensten so los. Also... ja okay Mausherin ich und Timo, da muss man bitte aufpassen ok, dann macht der das da könnte ich eventuell jetzt mal versuchen die zu gängen die Frage ist ob ich Sinn kriege die Frage ist, ob ich es nicht tun kann ok, das ist die Katharina, aber ich glaube, sie ist ja auf der Mitte Lane dann komm ich mal hier runter und helft dem Master hier ein bisschen was weiter zu machen ich hoffe mal, dass du jetzt nicht ausgleich einen Turm von uns krieg das wäre du ja, sehr schön, du gefällt mir das ja, es ist sehr seltsam ja, es geht ok und drauf, 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 drauf ja, dreckig, dreckig aber die flächen ganz schalten und zurückgehen weil nicht vor Ort aber ich will sehr schön ja ich aber es war mir nicht das was er ist und würde ich mir sagen dass es gelohnt Paar Schmau und okay ich habe zu nehmen Stilic Stich Stattix Stattdienst Stich, hier ist ein komischer Habe irgendwie. Und hole mir jetzt die Klingel der Unendlichkeit, sobald ich denn das Geld besitze, so unendlich viel kaufen zu können. So. Oh, Alter, der Turm. Zwei Gegner und einer von uns tot. Oh, ich habe ein Morby gefunden. Seid ihr sicher, dass ihr den Morby kriegt? Das sieht sehr knapp aus. Der Morby ist eigentlich dumm, also nicht schwach, nicht also dumm und schwachig. So. Neue Stufe. Ich kann meine Rakete ein bisschen... Ah, ja, ja, ja. Moment, ich gehe mal ein Stück zurück. Der Morby ist hier voll aufgeladen. Ich gehe mal, ich würde sagen, geh mal. Na, ich glaube, elf kriegs nicht hin. Aber ich kann hier ein bisschen aufpassen, dass hier der Typ hier nicht stimmt. hallo ja 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 und ja und ja das war Mama! Good job! Geile Scheiße. Aber ordentlich gelegt jetzt. So. Mit all top. Äh, ich würde eher die Bots gerade so ein bisschen töten wollen. Oh, Alter, viele Sticks. Fuck, die hab ich gar nicht genannt bekommen. Fuck. Hm. Gut, wäre ich jetzt so, oder soll ich ihn kommen bei meinem Leben? Ja, ich würd da noch so, ob ich ihn jetzt schon mal wieder einmal alleine besitzen bin. Sechshundert Punkte, den Dorans Klingen Ding lass ich erst mal drinnen bin. Sitten zwischen Tornhill und Ziel ist es eben nicht dass wir uns tun. Oh, wtf. Guck mal, hier was ja ankommt. Hohohohohoho. Also, das ist zu killnern, fällt der Turm auf jeden Fall. Ja, Alter. Okay, Alter. So, den Raketenwerfer hat er erst. Ich glaube, nur mit dem Raketenwerfer los, die mich das ein bisschen weiterbringt. und die das ist schaff ich das schaff ich das schaff ich das und bitte trifft 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 nein das wäre so schön gewesen wenn die Seile da weiter gerannt werden ja rennen wir ruhig, rennen wir ruhig, rennen wir ruhig das ist ein blöder wo bin ich? wo bin ich aber hier bin? la 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 lala oh das war Spaß ich bin genauso bekloppt wie Ash und naja ich bin zu sein und kompetenzen ganze 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 ok dann halt nicht ganz hinten schafft ihr es? so da kommt noch was ein hihihi die war auch durchgehalten das ist mir sehr lange mal wieder ein langes zu spielen was wir jetzt beschreiben ein stammt und vielleicht bin ich dann so mutig und wagen durch einen schmuggat dran der froh herrlich kann ich aber auch war nicht da rein rennen kiddies das ist nicht gut da war ich ein bisschen zuvor einig heilen können wir uns leider nicht das ding jetzt schon leute wir sind da mit zwölf schickte mal die realität die die fläche im sprung durch die wand oder ich glaube was die hälfte bei dem sein angriff temporal war die Zukunft weil die zu tun die Zeit e und jetzt was für den Harten ich bin zwölf ich bin die Schlechteste und hab sogar den vorletzt neben den dritten Vorgang ich würde sagen es wird sie wird sich in Grenzen ansonsten es ist nicht nicht und da ist ein schlechten Farbe die ich jetzt dahin ohne das Ding rüber den drachen haben wir einen Baff nein macht das bitte nicht die Kirchen stattdurch ist es auch es ist schade was nicht das momentan ich hab's weggekriegt so drauf dass der schädling schädling die fallen auch nicht ja ich bin also ich krieg schuldschild aber ich habe das nicht so fragt mich nicht sicher ob es der blühe oder der wildbuff ich glaube das ist der blühe und der andere ist der wildbuff das sieht man ja gar nicht wir haben den Baff noch gar nicht ja den Baff nicht BUM ALÖCHEN so ich komm ja schon ich komm ja schon macht das Leben Spaß ach wie schön wie schön wie schön wie schön wie schön wie schön wie lalalalalalalala lalalalalalalala ich hab so viel geleistet ich hab einfach alle Knöpfe die ich gefunden abgedrückt ich fand ich war gut so das war auch mit Lux die Strategie einfach und damit hab ich so viele Kills gelangt ich bin einfach reingeraten und ich hab alles gedruckt was ich finden konnte das Schöne bei Lux ist ja wirklich dass jeder Knopf irgendwas sinnvolles macht du musst halt aufpassen dass du den Käfig richtig platzierst und das ja na wie heißt der 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 fangt der stadt der den Gegner heilt dass der halt oben nicht platziert ansonsten kannst du einfach alles drauf bauen oh 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 ich habe es vorhin aufgeben aber okay ich kann es nicht weiterklicken wie gesagt dann werdet sich raps wir haben das erste spiel gewonnen mit jinks erster charakter wie gesagt auch hier wieder in die kommentare zu sparen was kann ich verbessern ihr kennt das ja besser als ich der hier eine woche spiel und mittlerweile acht tage das war schon langsam ein profi das war übrigens ein witz für alle die ironie nicht verstehen ja das war jinks ich hoffe euch hat es gefallen ich gehe jetzt in den chat rein und bedanke mich noch mal bei allen und als nächstes muss man schon vielleicht nämlich schulker vielleicht wage ich mich dran erster kampf gewonnen ja das war's wir sehen uns beim nächsten mal dann die kommentare zu bis dahin adios